Hallihallo, liebe Deutschfans! Heute hört ihr sieben kurze Geschichten, mit denen ihr euren Wortschatz erweitern könnt. Aus unserer Erfahrung ist es sehr gut, die Geschichten so oft zu hören, bis du etwa 80 bis 90 Prozent davon verstehst. Also, lass uns starten! Geschichte 1 – Gesund leben Hi, ich bin Isabella. Ich frage mich, wie können wir eigentlich gesünder leben? Wie kann ich meine Ernährung verbessern, um mich wohler in meiner Haut zu fühlen? Deshalb recherchiere ich im Internet, welchen Einfluss Lebensmittel wie Brot, Fleisch, Käse, Gemüse und Obst auf unsere Gesundheit haben. Früher habe ich Gemüse oft aus der Teethkühltruhe gekauft. Aber jetzt gehe ich lieber in den Bioladen und kaufe mir viel frisches Gemüse und Obst. Das tut zwar meinem Geldbeutel nicht so gut, für meine Gesundheit ist es aber umso besser. Zum Abend koche ich mir ein gesundes Gericht, das nur aus hochwertigen Bio-Zutaten besteht. Ich verwende Quinoa und verschiedene Gemüsesorten, wie zum Beispiel Brokkoli. Natürlich gehört zu einer gesunden Lebensweise auch Bewegung. Jeden zweiten Morgen gehe ich im Park joggen. Ich gehe am liebsten ganz früh, wenn noch kein Mensch auf den Beinen ist. Es gibt mir ein sehr gutes Gefühl, am Morgen sportlich aktiv zu sein. Letzte Woche habe ich einen Ernährungsberater besucht, um für mich die beste Form der Ernährung zu finden. Er hat mir viele nützliche Tipps gegeben, wie ich meine Ernährung verbessern kann. Da ich mich früher eher unausgewogen und nicht so gesund ernährt habe, fehlt mir ein bisschen die Erfahrung mit gesunden Kochrezepten. Daher habe ich an einem Kochkurs für gesunde Küche teilgenommen. Dort habe ich gelernt, wie man richtig leckere und nährstoffreiche Gerichte kocht. Neulich habe ich mir auch ein Buch gekauft, in dem es um Gesundheit auf verschiedenen Ebenen geht. Dieses Buch gibt mir viele neue Ideen und Inspirationen, wie ich mein allgemeines Wohlbefinden verbessern kann. Weil ich in letzter Zeit immer so viel von meinem Gesundheitsthema rede, hat mir eine Freundin vorgeschlagen, einmal gemeinsam mit Freunden gesund zu kochen. Das haben wir dann tatsächlich gemacht. Es war eine mega tolle Erfahrung und das Essen war fantastisch. Seit diesem Abend habe ich angefangen, regelmäßig kurze Videos über neue, gesunde Rezepte zu machen. Diese poste ich dann in meinem Blog. Ich hoffe, dass ich andere damit inspirieren kann, auch ein bisschen gesünder zu leben. Auf meinem Gesundheitsblog reflektiere ich auch über meine eigenen Fortschritte. Es überrascht mich selbst manchmal, wie sich meine Einstellung zur Ernährung und Gesundheit in den letzten zwei Monaten verändert hat. Jetzt muss ich mich erst einmal von euch verabschieden, denn ich muss noch die Kommentare auf meinem Blog beantworten. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren. Vokabeln und Ausdrücke Sich wohl in seiner Haut fühlen. Das heißt, ein gutes Gefühl in Bezug auf sich selbst haben. Wie kann ich meine Ernährung verbessern, um mich wohler in meiner Haut zu fühlen? Hochwertige Zutaten Das sind Zutaten oder Nahrungsmittel, die von guter Qualität sind. Zum Abend koche ich mir ein gesundes Gericht, das nur aus hochwertigen Bio-Zutaten besteht. Der Ernährungsberater Das ist jemand, der Tipps gibt, wie man sich gesund ernähren kann. Letzte Woche habe ich einen Ernährungsberater besucht, um für mich die beste Form der Ernährung zu finden. Sich unausgewogen ernähren. Das bedeutet, sich einseitig ernähren. Durch Nahrung, die nicht genug von allen wichtigen Stoffen hat, das heißt Stoffe, die der Körper braucht. Da ich mich früher eher unausgewogen und nicht so gesund ernährt habe, fehlt mir ein bisschen die Erfahrung mit gesunden Kochrezepten. Geschichte 2 Freiwilligenarbeit Hi, mein Name ist Tim. Ich war auf der Suche nach einer sinnvollen Aufgabe, die ich in meiner Freizeit übernehmen kann. Da habe ich beim Googlen ein Online-Inserat für Freiwilligenarbeit in einem Tierheim entdeckt. Ich glaube, das ist genau das, was ich gesucht habe. Bei meiner ersten Begegnung mit den Hunden im Tierheim habe ich mich sofort in die Tiere verliebt. Einige der Hunde waren gesundheitlich in einem nicht so guten Zustand. Anderen ging es wieder besser. Mir wurde sofort klar, dass es hier etwas zu tun gibt. Eine der Aufgaben, die ich übernommen habe, ist die Fütterung. Wenn die Fütterung beginnt, kommen alle Hunde herbeigelaufen. Jeder bekommt seinen eigenen Futternapf. Ich liebe es, die Hunde beim Fressen zu beobachten. Zweimal pro Woche gehe ich mit einigen der Hunde im Park Gassi. Es ist wichtig für sie, draußen an der frischen Luft zu sein und genügend Bewegung zu bekommen. Danach scheinen die Tiere immer viel zufriedener zu sein. Weil mir meine Freiwilligenarbeit so viel Spaß macht, habe ich mich entschlossen, an einem Crashkurs zur Tierpflege teilzunehmen. Ich hoffe, dass ich viel Neues dazu lerne, was mir in meiner Arbeit hilft. Die Tage in diesem Kurs waren intensiv, aber es hat sich wirklich gelohnt. Manchmal kommt es vor, dass eines der Tiere ein neues Zuhause findet. Bevor ein Hund von seinem neuen Besitzer abgeholt wird, bade und pflege ich ihn. Wir wollen die Tiere natürlich ganz sauber an ihre neuen Besitzer übergeben. Der Abschied von einem Hund, der adoptiert wird, ist immer mit gemischten Gefühlen verbunden. Einerseits freue ich mich riesig für die Hunde, andererseits werden sie uns hier auch fehlen. Damit wir noch mehr Menschen finden, die bereit sind, einen Hund bei sich aufzunehmen, habe ich mit meinen Kollegen einen Tag der offenen Tür im Tierheim organisiert. Die Besucher konnten sich alles anschauen, viele Fragen stellen und auch vieles über unsere Arbeit im Tierheim erfahren. Unter den Besuchern waren viele Interessierte, die bereit waren, einem Tier ein neues Zuhause zu geben. Ich hoffe, dass ihr einen kleinen Einblick in meine freiwilligen Arbeit gewinnen konntet. Vokabeln und Ausdrücke Die freiwilligen Arbeit Freiwilligen Arbeit ist helfen, ohne Geld dafür zu bekommen. Da habe ich beim Googlen ein Online-Inserat für freiwilligen Arbeit in einem Tierheim entdeckt. Das Tierheim ist ein Ort, an dem Tiere leben, wenn sie kein Zuhause haben. Bei meiner ersten Begegnung mit den Hunden im Tierheim habe ich mich sofort in die Tiere verliebt. Die Fütterung Das heißt, den Tieren Essen zu geben. Eine der Aufgaben, die ich übernommen habe, ist die Fütterung. Mit einem Hund Gassi gehen. Das bedeutet, mit einem Hund spazieren gehen. Zweimal pro Woche gehe ich mit einigen der Hunde im Park Gassi. Adoptieren Adoptiert Jemanden als neues Familienmitglied aufnehmen Der Abschied von einem Hund, der adoptiert wird, ist immer mit gemischten Gefühlen verbunden. Geschichte 3 In der Mensa Hey Leute! Wollt ihr mir für einen Moment folgen? Ich nehme euch heute in die Mensa meiner Uni mit. Die Mensa ist ein Ort, an dem ich mich fast jeden Tag mit meinen Freunden treffe. Meine Freunde scheinen sich heute verspätet zu haben. Ich stehe vor dem großen Speiseplan der Mensa und schaue, was es heute so im Angebot gibt. Um das Essen später bezahlen zu können, lade ich vor dem Essen meine Mensa-Karte auf. Das kann ich an einem der zahlreichen Automaten machen. Ich finde, die Preise für Studenten in der Mensa sind wirklich sehr erschwinglich. Mittags, nach der zweiten Vorlesung, ist oft ein großer Andrang. Manchmal stehe ich zehn Minuten an. Aber das Warten lohnt sich, denn das Essen ist ziemlich lecker. Die Auswahl des Tagesgerichts fällt mir heute besonders schwer, weil alles irgendwie gut aussieht. Manchmal hat man eben die Qual der Wahl. Am Ende entscheide ich mich für den Gemüsereis und einen großen Salat. Ich sehe, dass meine Freunde auch da sind. Ich setze mich mit meinem Tablett zu ihnen an den Tisch. Gemeinsam essen macht viel mehr Spaß als allein. Meistens reden wir über die Vorlesungen oder Seminare, die jeder von uns am Vormittag besucht hat. Nach dem Essen bleiben wir oft noch länger in der Mensa sitzen und schauen uns ein paar Aufgaben an, die wir für die nächsten Seminare brauchen. Weil wir nicht viel Zeit haben, lohnt es sich nicht, in die Bibliothek zu gehen. Ich bin froh, dass ich durch das Essen in der Mensa Zeit spare, die ich sonst für das Kochen benötigen würde. So habe ich einerseits mehr Zeit fürs Lernen und andererseits für meine Freunde. Bevor ich gehe, hole ich mir noch einen Kaffee aus dem Kaffeeautomaten der Mensa. So starte ich mit neuer Energie in meinen nächsten beiden Vorlesungen am Nachmittag. Also dann, Leute, ich gehe jetzt. Man sieht sich. Vokabeln und Ausdrücke Der Speiseplan der Mensa Das ist eine Liste des Essens, das in der Mensa serviert wird. Die Mensa ist der Ort, wo die Studenten essen. Ich stehe vor dem großen Speiseplan der Mensa und schaue, was es heute so im Angebot gibt. Erschwinglich sein Das bedeutet so viel wie nicht viel Geld kosten. Ich finde, die Preise für Studenten in der Mensa sind wirklich sehr erschwinglich. Großer Andrang Das bedeutet, wenn viele Leute auf einmal da sind. Mittags nach der zweiten Vorlesung ist oft ein großer Andrang. Anstehen zum Beispiel an der Kasse Das heißt in einer Reihe warten. Manchmal stehe ich zehn Minuten an. Die Qual der Wahl haben Das ist ein Ausdruck, der bedeutet, zu viele gute Möglichkeiten zu haben, aus denen man wählen muss. Die Qual ist etwas, was sehr unangenehm ist. Die Auswahl des Tagesgerichts fällt mir heute besonders schwer, weil alles irgendwie gut aussieht. Manchmal hat man eben die Qual der Wahl. Alltag im Reisebüro Hallo, ich bin Annabelle. Komm mit und begleite mich ein bisschen an meinem heutigen Arbeitstag. Ich bin Tourismuskauffrau, das bedeutet, dass ich in einem Reisebüro Menschen berate, die eine Reise machen wollen. Kurz bevor unser Reisebüro öffnet, komme ich an und bereite mich auf meine Arbeit vor. Ich fahre meinen Computer hoch und verschaffe mir einen Überblick über meine heutigen Termine und Aufgaben. Dann beginne ich mit der Arbeit am Schreibtisch, beantworte Kunden-E-Mails und kommuniziere auch mit den verschiedenen Reiseanbietern. In meinem Job ist es sehr wichtig, gut organisiert zu sein. Ein großer Teil meines Tages besteht aus Beratungsgesprächen mit unseren Kunden. Ich versuche ihnen so gut ich kann, bei der Planung ihrer Traumreisen zu helfen. Für meine Kunden bereite ich dann die Reisepakete und Angebote vor. Jede Reise ist einzigartig und ich möchte, dass meine Kunden eine Reiseerfahrung machen, die für sie unvergesslich wird. Am Mittag habe ich dann endlich ein wenig Zeit zum Verschnaufen. Die kurze Pause im Büro nutze ich oft, um mich mit Kollegen auszutauschen und mich zu entspannen. Ich versuche, meinen Kopf wirklich für 20 Minuten freizukriegen von der Arbeit. Danach geht es weiter am Schreibtisch. Ich buche Flüge und Hotels, hole alle nötigen Informationen ein und verhandle gelegentlich auch Preise. Wenn dann alles organisiert ist und zusammenpasst, bin ich sehr zufrieden. Natürlich kann nicht jeder Mitarbeiter sein eigenes Süppchen kochen. Wir müssen uns abstimmen und miteinander beraten. dafür sind unsere Teamsitzungen da, in denen wir alle Themen besprechen, die unser Unternehmen als Ganzes betreffen. Jetzt verrate ich dir noch ein Geheimnis. Obwohl ich fertige Reisepakete an meine Kunden verkaufe, ist das gar nicht meine eigene Art zu reisen. Ich reise immer individuell, ohne zu viel Planung. Wie ist es mit dir? Buchst du Reisen in einem Reisebüro? Vokabeln und Ausdrücke Die Tourismuskauffrau Das ist eine Berufsbezeichnung, also eine Frau, die im Tourismusbereich arbeitet, zum Beispiel Reisen verkauft. Ich bin Tourismuskauffrau, das bedeutet, dass ich in einem Reisebüro Menschen berate, die eine Reise machen wollen. Sich einen Überblick verschaffen heißt, sich informieren über alle Aspekte einer Sache. Ich fahre meinen Computer hoch und verschaffe mir einen Überblick über meine heutigen Termine und Aufgaben. Der Reiseanbieter Der Reiseanbieter ist eine Firma, die Reisen organisiert und verkauft. Dann beginne ich mit der Arbeit am Schreibtisch, beantworte Kunden E-Mails und kommuniziere auch mit den verschiedenen Reiseanbietern. Zeit zum Verschnaufen haben, das heißt, Zeit für eine Pause und für Entspannung haben. Am Mittag habe ich dann endlich ein wenig Zeit zum Verschnaufen. Die Preise verhandeln heißt, über den Preis reden und versuchen, ihn zu ändern. Ich buche Flüge und Hotels, hole alle nötigen Informationen ein und verhandle gelegentlich auch Preise. Sein eigenes Süppchen kochen, das ist ein Ausdruck, der bedeutet, dass man nur für sich arbeitet, ohne mit anderen zusammen zu arbeiten. Natürlich kann nicht jeder Mitarbeiter sein eigenes Süppchen kochen. Geschichte 5 Das Konzert Ich bin Tom, Eventmanager von Beruf. Ich organisiere kulturelle Events und Konzerte. Gerade bin ich auf der Suche nach der perfekten Location für ein großes Konzert, das im Sommer stattfinden soll. Ich muss einen Ort finden, der viele Zuschauer fasst und in dem ein großes Orchester auftreten kann. Nachdem die Location gefunden ist, müssen wir die Tickets verkaufen. 450 Plätze bietet unsere Top Location. Den Ticketverkauf haben mein Kollege und ich online organisiert. Ich denke, dass bei so einem tollen Event die Tickets schnell ausverkauft sein werden. Endlich ist es soweit. Nur noch ein paar Stunden bis zum Konzert. Zuerst geht es an den Bühnenaufbau. Das erfordert echtes Teamwork. Es braucht mehrere Stunden, bis die komplette Bühne steht. Wenn dann die Musiker eingetroffen sind, folgt der Soundcheck. Die Kollegen von der Tontechnik müssen sicherstellen, dass alles perfekt klingt. Ich bin natürlich auch vor Ort, falls es spontan noch etwas zu organisieren oder ein Problem zu lösen gibt. Das Konzert rückt immer näher. Jetzt fangen wir an, die Besucher einzulassen. Bei allen Beteiligten steigt die Aufregung und gleich kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Jetzt erklingt der erste Ton. Was für ein spannungsvoller Moment. Während des Konzerts beobachte ich die Musiker und das Publikum. Ich liebe es, solche kulturellen Events zu organisieren und Teil von etwa so Schönem und Großen zu sein. Vokabeln und Ausdrücke Das kulturelle Event Das ist eine Veranstaltung, die kulturelle Aktivitäten wie Musik, Tanz oder Theater zeigt. Ich organisiere kulturelle Events und Konzerte. Ausverkauft sein Das heißt, dass keine Tickets mehr zur Verfügung stehen, weil alle verkauft wurden. Ich denke, dass bei so einem tollen Event die Tickets schnell ausverkauft sein werden. Der Bühnenaufbau ist das Einrichten der Bühne für eine Aufführung. Zuerst geht es an den Bühnenaufbau. Das erfordert echtes Teamwork. Besucher einlassen bedeutet, Menschen, die einen Ort besuchen, zum Beispiel ein Konzert, die Türen öffnen. Das Konzert rückt immer Jetzt fangen wir an, die Besucher einzulassen. Geschichte 6 Der Ausflug Hey Leute, ich bin Naomi. Ich bin eine absolute Naturliebhaberin. Für mich gibt es nichts Schöneres, als in der Natur zu sein. Heute steht ein Ausflug zum See auf dem Programm. Der See, zu dem ich heute fahre, steht schon lange auf der Wunschliste meiner Top Ausflugsziele. Am See angekommen, begeben sich meine Freunde und ich auf eine lange Wanderung um den See. Der Weg führt direkt am Ufer entlang, sodass wir immer einen Blick auf das Wasser haben. Wasser übt auf mich eine Anziehung aus und beruhigt mich irgendwie. Nachdem wir ein paar Stunden gewandert sind, suchen wir uns einen schönen Ort für ein Picknick aus. Wir breiten die Picknick Decke aus und packen unser Essen aus, das wir mitgebracht haben. An diesem gemütlichen Ort bleiben wir ein Weilchen und tanken neue Kraft. Ein bisschen weiter entlang des Ufers haben wir dann eine Badestelle gefunden. Meine Freunde und ich haben nur darauf gewartet, uns endlich abkühlen zu können. Das kühle Wasser war so erfrischend, besonders an einem so heißen Tag wie heute. Nach dem Baden im See war noch einmal Zeit zum Ausruhen. Ich hab mich einfach ans Ufer gesetzt, die Sonne auf mein Gesicht scheinen lassen und all den Geräuschen um mich herum gelauscht. Ein schönes Abendessen in der Natur haben wir uns auf jeden Fall auch verdient. Alle waren so gut gelaunt und wir haben miteinander über so viele interessante Sachen gesprochen. Unsere Rückfahrt bei Sonnenuntergang war der perfekte Abschluss des Tages. Die Farben am Himmel waren einfach atemberaubend. Manchmal wünscht man sich, dass ein Tag nie zu Ende geht. Vokabeln und Ausdrücke Die Natur Liebhaberin ist eine Person, die die Natur sehr mag. Ich bin eine absolute Natur Liebhaberin. Das Ausflugsziel ist ein schöner Ort, den man besuchen kann oder möchte. Der See, zu dem ich heute fahre, steht schon lange auf der Wunschliste meiner Top Ausflugsziele. Eine Anziehung auf jemanden ausüben heißt für jemanden sehr interessant und anziehend sein. Wasser übt auf mich eine Anziehung aus und beruhigt mich irgendwie. Die Badestelle Das ist ein Ort, an dem man schwimmen und baden kann. Ein bisschen weiter entlang des Ufers haben wir dann eine Badestelle gefunden. Atemberaubend. Das heißt so, dass es einem den Atem nimmt, also sehr erstaunlich. Die Farben am Himmel waren einfach atemberaubend. Geschichte 7 Umzug in die WG Mein Name ist Elisa. Nachdem ich vier Jahre allein gewohnt habe, habe ich mich entschlossen, in eine Wohngemeinschaft zu ziehen. Ich kenne niemanden, mit dem ich zusammenziehen könnte. Deshalb durchsuche ich die Online-Annoncen nach einem WG-Zimmer. Auf meine E-Mails hin haben mir drei Wohngemeinschaften geantwortet. Bei der Wohngemeinschaft, die mir am passendsten erschien, habe ich gleich einen Besichtigungstermin vereinbart. Bei der Besichtigung des WG-Zimmers habe ich sofort gespürt, dass ich hier wohnen möchte. Die Mitbewohner waren so freundlich und wir hatten von Anfang an gemeinsame Gesprächsthemen. Zwei Wochen später durfte ich schon einziehen. Dieser Einzug in die WG war sehr aufregend für mich. Es fühlte sich an wie der Beginn eines neuen Kapitels in meinem Leben. Die ersten Tage waren eine gute Gelegenheit, meine vier Mitbewohner besser kennen zu lernen. Obwohl wir nicht alle das gleiche Alter haben, haben wir erstaunlich viel gemeinsam. Um ein mögliches Konfliktthema in der WG zu vermeiden, haben wir zusammen einen neuen Putzplan erstellt und die Aufgaben neu verteilt. Mir gefiel, dass dieser Plan auch flexibel war. Ich übernahm in dieser Woche die Küche und begann gleich mit dem Putzen. Abends redeten wir oft lange oder spielten gemeinsam. Einen Fernseher gab es in der WG nicht und alle schienen viel mehr Lust zu haben, die Zeit miteinander zu verbringen. Aber trotzdem nahm sich jeder auch immer wieder den Freiraum, einfach nur für sich zu sein. Und das war kein Problem. Ich selbst brauche auch meine Zeit, in der ich einfach mit mir allein bin. Am Wochenende hacken wir auch eine schöne gemeinsame Aktion. Wir haben neue Blumen für den Balkon gepflanzt. Jetzt sieht unser Balkon noch schöner aus und ist ein toller Ort zum entspannen. Vokabeln und Ausdrücke Die Wohngemeinschaft ist eine Wohnung, in der mehrere Personen, die keine Familie sind, zusammen wohnen. Nachdem ich vier Jahre allein gewohnt habe, habe ich mich entschlossen, in eine Wohngemeinschaft zu ziehen. Mit jemandem zusammen ziehen bedeutet mit einer Person in die gleiche Wohnung ziehen. Ich kenne niemanden, mit dem ich zusammen ziehen könnte. Der Besichtigungstermin Ein Besichtigungstermin ist ein vereinbarter Termin, um sich eine Wohnung oder ein Haus anzusehen. Bei der Wohngemeinschaft, die mir am passendsten erschien, habe ich gleich einen Besichtigungstermin vereinbart. Eine Aufgabe übernehmen heißt sagen, dass man eine Aufgabe tun wird. Ich übernahm in dieser Woche die Küche und begann gleich mit dem Putzen. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst uns doch einen Kommentar oder einen Like da, das hilft uns wirklich und motiviert uns noch mehr solche Videos für euch zu produzieren. Dann bis zum nächsten Video.